herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge überzeugt und wie wir in der letzten folge schon festgestellt haben es läuft hier hier wird wieder ordentlich was gemacht dieser tower wir haben eine vorratskapsel mal wieder schiefer und schlack und die forschung sind abgeschlossen so aber jetzt elektrisches schmutz verfahren störung kehrt ok so hier unten ist alles fertig bis auf der raum hier unten und hier oben muss halt noch dass er ist schlamm trockenlegung oder wie das heißt mal trockenlegung 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 transport kapseln langen strecken in der reihe ist genau medizinisch hier beschützungen stoßlader nein tiefenbohrung dafür wieder ein multi analyzer dafür braucht man die grundlagen der mikroelektronik die können wir machen nachdem wir das elektronische schmelzverfahren durch haben nur das wird dauern das wird Kommt wer hoch, kommt wer hoch Alter, Leute hört doch mal auf damit Achso ihr habt den Fußboden jetzt komplett rausgerissen Ja, die haben den Fußboden komplett rausgerissen PmW-Kahn 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 Vielen Dank. Ja, Jo. Go, Juice. Neutramin und Ja, Jo. Neutramin. Untermacher. 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 Wiederhole, bis du X hast. Wiederhole, bis du X hast. Wiederhole, bis du X hast. Und das ist... Zwei Neutramin. Das heißt, ihr habt eure Arbeit abgeschlossen. Ben und Lusa. Ben und Lusa. Warte mal, da mussten wir hier so eine Bergbank hin. Haben wir nicht mehr. Architekt... Bergbank. Dafür bräuchten wir... Dall. Dall. Ähm, Arbeit. Bergbau, 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 Bergbau. Cheeks und Krojo. Cheeks und Krojo. Haben wir noch irgendetwas, was steil... Der Strom ist durch. Ne, der Strom ist durch. Ne, der Strom ist durch. Okay. Wir sollten mal ganz kurz was checken. Olga. Krojo hat. Kumbeiro hat. Kommisse hat. Cross hat. Cheeks hat. Coop hat. AJ. Will nicht. Erst, will nicht. Lusa hat. Ben hat. Grace hat. oh ne warte mal die sind schon da und dann kommt die hier runter hier rüber wow oh Dorthin, mach Dorthin fertig! Manni! Feuer frei! Vollgas, jawoll! Und jetzt aber... ...löschen! Habt ihr gut gemacht, Leute! So, erstmal alle wieder verbunden, beziehungsweise... Boah! Da mussten wir aber ganz schön... ...federn lassen. Krojo! Ab ins Bett! Olga! Ab ins Bett! Lusa! Was? Was? Was will nicht? Ihr müsst heilen! Öh, es ist im Drogenrausch! ... ... ... ... Oh, okay. und dann haben wir so gut wie alle wieder geheilt loser ins bett so forschung geht voran 157 so was haben wir hier nicht stromgewehr sondern leichtes maschinengewehr kub ins bett aber zackle ich jetzt so 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 bitte priorisiert mal ganz kurz die brauerei hopfen 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 2100 es wird immer mehr 2222 batteriestörung auch in ordnung was ist mit kostlos ja dann muss mal wieder der putztrupp durchlaufen die beiden aussaaten hier müssen wieder priorisiert werden und unsere nahrung geht runter wir haben bald kein platz wir müssen jetzt mal jemanden finden der uns das ganze bier kauft automatische türen und 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 Möbel, nein, Sicherheit, nein. Nein, Strom, nein. Was hat ein Grab jetzt für? Nee, haben wir nicht. Okay, die Ernte kommt rein. Architektbefehle abbauen. Wir haben Stahl. Ich bedanke mich einfach fürs Zuschauen, wenn ihr mich beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ich hoffe und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.